Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Wir sind hier bei Slimey. Das kennen wir alle von unserer Kindheit. Was ist denn heute bei dieser Messe der Fokus oder euer Highlight? Ein Highlight ist sicher fluffy, extrem weich und fluffig, aber hat eine ganz butterweiche und leichte Oberfläche. Und es ist ein ganz besonderes Knetvergnügen für Kinder zum Spielen. Und die riecht auch gut. Habt ihr verschiedene Duftstoffe? So ist es. Ein wesentliches Element, sozusagen zusätzlich zu den haptischen Dingen, ist, dass diese Massen eben auch riechen. Und aus was für Stoffen bestehen die? Eigentlich sind ja alles unterschiedliche. Sind das die gleichen Stoffe? Also im Wesentlichen bestehen die meisten Slimey-Massen aus natürlichen Inhaltsstoffen, nämlich Gua. Gua ist eine Bohne, die speziell behandelt und raffiniert wird und Wasser. So ist sicherer Spielspaß garantiert. Das heißt, wenn mal aus Versehen was runtergeschluckt wird, macht das nichts? Vollkommen problemlos. Okay. Da muss ich nochmal reingreifen hier. Das ist ja Wahnsinn. Sehr gerne. Das kann ich Ihnen zeigen. Das ist unser flüssigster Slime. Das ist der Hydro-Slime. Bleibt aber nichts. Das ist der flüssigste und zugleich festeste Slime am Markt. Den können Sie wieder zurückschupfen. Ach ja. Schupfen Sie zurück. Ups. Wir haben daneben auch extrem feste Slimes. Das ist ein super mega stretchy Slime. Das sind Slimes, die extrem dehnbar und extrem fest sind. Wie lange hält so was? Geöffnet hängt es ein bisschen davon ab. Die Produkte enthalten natürlich Wasser. Es ist wichtig, dass man sie nach dem Spielen gut verschließt, zurück in den Becher gibt. Und ein guter Tipp ist auch mit sauberen Händen spielen. Dann halten Sie sehr lange. Das werde ich so machen. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Wurde Ihnen präsentiert von messebauer.com. Wir machen Messebau.